Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Andermain. Jasla ist hier mal wieder gut am Start, zweimal Endbox gekillt. Jasla hat richtig Bock. Jetzt rennt sie hier einfach durch die Mine, wie nix gut ist, weil wie es im Name schon steht. Ja! Die hat Bock. Weg. So, wann ist die Nympha endlich Level 2, Mensch? Dass wir auch nicht nachgucken können, wann sie ihre Level kriegen, ne? Versteht das auch nicht, ne? Tagebuch. Oh, guck mal, ach hier, guck mal, da. Setzt die Bewohner der Andermain zurück und macht sie stärker. Beschwörungsstein 1. Die Andermain durchläuft einen seltsamen Kreislauf. Ein Kreislauf, der oft hunderte Jahre andauert und unbemerkt vergeht. Uralte Wesen leben ihr Leben, streben, sterben und werden wiedergeboren. Der Ursprung, der Zweck und die Mittel sind niemandem bekannt, doch irgendwie steht dieser Stein im Mittelpunkt. Und davon haben wir einen. Und da steht auch ein. Beschwörungsstein 1. Und hier fehlt uns auch noch alles. Ich denke mal, das ist die Other-Mine eventuell. Ähm. Sind wir stärker geworden? Ich weiß das nicht. Das wollte ich gar nicht gucken eigentlich. Was stand da? Setzt die Bewohner der Andermain zurück und macht sie stärker. Hm. Okay. Haben wir hier noch eine Bessie, die wir noch nicht kennen? Nö, kennen alle. Sogar den, oder den kleinen Popel hier unten kennen wir auch. Gesundheit 1. 36 Mal gekillt. 6 Mal nur gekillt. Ja, der läuft auch echt selten rum, ne? Ein Automat mit wenig bis gar kein Intelligent. Ein Automat? Er umarmt gerne. Hä? Die kenne ich noch gar nicht. Kennen wir die? Das sieht einfach so verkehrt aus, ne? Liegt da! Was denn werden uns nicht angezeigt, wa? Gegenstände fehlen uns natürlich noch eine Menge. Und wie man sieht, haben wir auch noch eine Menge nicht besitzt. Also noch nicht hergestellt. Tränke fehlen uns sowieso noch eine Menge. Sägen fehlen auch eigentlich recht viel. Wir haben nur die Standard-Sägen. Flüche haben wir eigentlich schon fast alle gehabt, ne? Da fehlen uns aber auch noch 3 Flüche. Und Verzauberung fehlt uns sogar noch eins. Mal gefunden. Okay. Haben wir lang genug umgeschnackt? Hier wollen wir nicht rein. Let's go, weiter geht's. Ja. Was ist das nochmal? Hey! Halt! Ja, find ich auch. Halt, hat er gesagt. Unser Schaden war doch aufgeteilt in 3, kann das sein. Nein, ich hab dich da oben kaputt gemacht, wollte ich nicht. Ich wollte doch noch gucken, was er hat. Shit. Wenn er das mit der Brand bauen will, finde ich aber auch hässlich. Und wir kriegen einen Schlüssel. Um 3 zu öffnen. Lülülülülülülülülülülülü Hättest du gern, ne? Guck mal nach Hause. Halte zwei. Ja, halte zwei. Fällt's nicht mehr in Löchern. Erstmal Jolt. Oh ja, ja. Oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja. Oh ja, hättest du gern, ne? Oh ja, komm her, du. Jawohl. Oh, hat er nicht gemacht. Geht's aber weg. Durchdrehen, Vandale. Da brauchen wir nicht durch, wir kommen da ja eh gleich lang. Ui, so viele Gegner. Die bringen alle Gold. Die bringen alle Gold. Nicht vergessen, die bringen alle Gold. Alle bringen sie Gold. Jawohl. Gegner. Weg. Ein Kissen. Verringert. Ach, das war Hoppels Kissen. Ja, wegen Segen. Nehmen wir einen Fluch oder nehmen wir... Machen wir weg. Ja, ne? Da ist der Starke weg. Die anderen können wir lassen auf jeden Fall. Äh, du fällst nicht mehr in Löcher. Ein Fluch, er leide mehr. Okay. Oh ja. Da gibt's wieder eine Menge Gold. Weg. Immer dein Gold. Oh, der hat kein Gold, wa? Zählt da nicht als Gegner, wa? Mal, hopp. Einfach reinspringen, rausspringen. Also, schwer war das jetzt nicht. Boah. Wenn das Gold wenigstens noch Strom machen würde jetzt, ne? Das wäre nochmal... Nochmal eine Nummer geiler. Also, allgemein. Alles, was mit Gold zu tun hat, ist geil. Weil... In dem Spiel es ja darum geht, Gold zu finden. Deswegen ist es auch alles Gold, wenn wir was mit Gold haben. Oh, weißt du, diese Goldtränke, ne? Die ja so viel Gold verlieren. Wenn wir zum Beispiel... Daran hab ich ja noch nie gedacht. Ähm. Wenn wir das Fall hätten, dass Gold Schaden macht... Dann muss man doch nur so einen Trank trinken. Und dann... Verstehst du? Oder muss ich aussprechen? Was meinst du, wie viel Schaden so ein Boss dann kriegt? Wenn man das alles kapuft. Und alles einsammelt. Dann machst du richtig Blitz, Blitz. Katatouille. Jetzt hab ich die Tränke ja immer nur getrunken, um das Gold halt daraus zu haben. Und wenn dann auch noch Tweety dabei ist und richtig rumtweetet... Ja, war ja klar. Oh. Hat der Indianer-Ding eigentlich schon irgendwas Indianert? Hallo. Und du? Nix. Dann weg. Unnötiges... Wesen. Oh. Also das Gegner... Ähm... Wow. Hey, ja, ja. Hey, ja. Hey, ja. Oh ja. Beine auf einmal. Ha. Huh. Ha. Ähm. Das Gegner Gold verlieren, das macht auch eine Menge aus, glaub ich. Weil wir ja auch einfach ein paar Gegner zusammenkriegen. Weil dann, wenn da 50 Millionen Schleime rumlatschen, dann macht sich das bemerkbar, ne? Oh, ne Brotdose, die uns sowieso nie irgendetwas bringt. Bombe, Bombe. Protein-Shake. Komm. Und zack. So, ein Hammer. Und wenn ich jetzt noch so ein Fleischstück nehme, ne? Haben wir trotzdem nur ein. Guck. Das ist nur ein. Also wie so ein Heiltrank. Nur ein. Weil ich bin so blöd, das zu verstellen, warum da nicht zwei reingehen. Hihihihi. Der muss immer als erstes weg. Das ist eine richtige Nervensäge hier. Uah. Kommt. Juhu. So, da kommen sie an. Da kommen die Geier, ey. Da kommen sie. Hallo, mein Gold. Ja, genau. Fleisch. Und wenn nicht brauchen. Okay, Fluchding lasse ich erstmal da. Vielleicht brauchen wir das gleich noch. Aua. Oh. Hi. Ach, zum Glück sind hier Spikes. Nee, 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 nee. So, ab in die Brotdose mit dir. Für später. Ah. Hey. Boah. Meins. Meins. Nicht deins. Hallo. Autsch. Autsch. Hallo. Das ist mein Gold. Und verstehen die das? Glauben niemals, ne? Oh, was haben wir hier denn schönes? Komm, Explosion. Ziehen Gegenstände an. Nice. Gut, dann nehmen wir wieder ein Segen an. Tin, 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 tin. Ja, kaum noch Schlüssel, ne? Höhe wird Wurfgeschwindigkeit. Nee. Ich weiß nicht. Nehmen wir das, oder? Heilen ist im... Wurfschaden vielleicht? Wir nehmen Wurfschaden. Ich meine, hey, wir werfen ja auch die ganze Zeit. Tschüss. Tschüss. Vielleicht ist das ja unsere letzte Bauerin überhaupt, wenn die nicht sterben. Oh, guck mal, zwei Flüche. Links und rechts. Jetzt wird es aber richtig interessant. Bin ja mal gespannt. Pfff. Ah! Irgendwas mit 20. Okay, Einflug kriegen wir sowieso weg. Bumm. Und das mit den 20, was war das? Wir haben Gegenstände zerstört. Also, dann verlieren wir eine Bombe. Oder einen Schlüssel. Uh! Hallo, Gegner! Pumm. Das sind doch schon mehr wie 20. 7 nur noch. 13 Spinnen war das. Andale. Aha. Eine Bombe ist, glaube ich, kaputt gegangen, ne? Lieber eine Bombe halten, einen Schlüssel, ne? Eins. Ich habe ganz vergessen, dass wir ja noch den Auge trank im Moment haben. Okay, guck mal, das kostet zwei. Zwei Bomben. Pam. Warten. Warten. Hallo. 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 Ah, was soll das werden? Habe ich ihn ernsthaft entkommen lassen, ne? Mag man gar nicht glauben. Was hat Captain Jones für uns? Captain Jones hat für uns auf jeden Fall einen Sprenganzug. Dann hat Captain Jones für uns einen Schlüssel. Das war kein Schlüssel. Jetzt haben wir gekauft. Okay. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Fleisch, Fleisch. Und du? Ah, das war der falsche. Meine Kisten sind weg. Kann man nicht einfach wieder zurückspulen? Und dann ist alles wieder gut? Na? Oh, eine Wummel. Schäde. Schäde mit Teddy. Warum nämlich auch nicht die goldene Mitte? Ich verstehe das gar nicht. Oh nein. Erstmal den da hinten töten. Warte mal. Das war alles meins. Das ist auch alles meins. Meins, habe ich gesagt. Noch vor zwei Sekunden habe ich gesagt, das ist meins. Lo. Ich koste nur 37 auf einmal. Oh, sie hat übrigens bald ein Leben. Äh, Level meine ich. Dann können wir zwar noch beten. Aber irgendwie bin ich der Meinung, dass das viel zu lange dauert. Oh. Das ist ja schon wieder dieser blöde Zauberer. schon 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 aber hier machen Das ist aber hier auch ein Chaos mit meinen Spitzhacken, ne? Und einmal hier boom machen. Roll. Auch wenn ich brenne. Oh, direkt noch ein Altar. Oder würde ich warten, weil sie ist kurz vorm Level. Aber ich glaube nicht, dass wir noch ein Level kriegen, oder? Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch ein Level kriegen werden. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, 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 ah. Wir brauchen einen Schlüssel. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen einen Schlüssel. Schlüssel. Wir brauchen einen Schlüssel. Hier oben war das, ne? Yes. Ja. Oh, da hat sie ihr Level. Jawohl, jetzt dürfen wir zweimal beten. Wuhu. Wuhu, hab ich gesagt. Wuhu. Wuhu. So, Kollege. Schnürschuh. Kollege, Schnürschuh. Wo um wir sie hin? Hi. Hi. Dankeschön. Das kann ich euch verbrennen. Zack. Verbrannt. Bam, 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 bam. Zack, weg mit dir. Bam, 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 bam. Bam, weg mit dir. Also Spitzhacke werfen ist schon... Ist schon nice, ne? Aua. Blitzbomben? Auf jeden Fall besser wie Brandbomben, ne? Aua. Vielleicht finden wir ja noch Black Rabbit. Dann kann sie uns ja noch Sachen... Äh, diese Brandbombe abkaufen. Einschlüsselring. Nein, nicht kaputt machen. Oh. Unden. Hier auch. Eigentlich müsste ich, ähm... Denkst du nur mal die ganze Zeit machen. Worfschaden. Din, 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 din. Wie lange geht eigentlich unser Auge da unten noch? Drei Schlüssel, genau. Äh, okay. 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 Zufallstruhe. Bin ich doch dabei. Ich hoffe, ich brauche jetzt keinen Schlüssel. Nein, brauche ich nicht. Gott. Äh. Hallo. Hast du einen Schlüssel für mich? Mhm. Bombentasche. Interessant. Das ist noch viel interessanter. Weitere Bomben kriegen. Jetzt nicht mal in Löchern. Das ist ein Angebot. Das nehme ich auch mit. Tschüss. Oh. Schwingschaden. Einfach so. Easy. Oh Gott. Schon wieder so viele Spinnen. Das heißt ja schon wieder so viel Gold. Randale. Ey, die klauen aber trotzdem eine Menge. Ey. Treffe ich einfach nicht, ne? Warum fliegt das ausgerechnet zu mir? 50 Millionen Spitzhagen und ich treffe diesen Pisser nicht. Oh, zweimal beten, zweimal beten, zweimal beten. Was passiert, wenn sie nochmal ein Level kriegt? Was war dann? Der Bauer erhält den zweiten Level eines Legens, wenn er gesegnet wird. Okay. Einmal. Und nochmal. Jawohl. Oh ja. Ich liebe es. Hiya. 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 Zufallstruhe. Die machen wir einfach mal hier. Oh Gott. Warum? Ja, Zufall halt, ne? Aber ist doch belastend. Belastend. Hä? Was ist jetzt denn los? Damit habe ich auch nicht gewettet. Warum ist hier einer? Ist das doof? Was ist los? Huch. Was ist los? Warum? Ui, ui, ui. Warum? 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 Ui, 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 ui. Ich verstehe nicht warum. Aua. Autsch. Hallo? Hallo? Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, ui. Okay, bloß sterben. Also, wo ein Arsch aufn? Penner. Was war das denn? Überraschungsangriff hier. Hat eine Ratte. Ob jetzt jeder Boss wieder lebt? Dann haben wir den ersten ja quasi... Ach, ich wollte da erst reinspringen. Ich wollte beim ersten reinspringen. Ich hab's machen wollen. Schade, dass ich nicht für jeden Tropfen, ähm, ein Goldstück kriege. Hihi, der muss wieder einmal als erster sterben. Sorry. Und Musch, das Musch. So, jetzt hier ein bisschen rumrandalieren. So, schön. Schön. Nice. Brauchen auch. Boah, wenn ich doch nur dieses automatische Gold einsammeln hätte. Schau mal vor, wir wären am Boss gestorben, ey. Geheult hätte ich. Ah, ich dachte ja, mach nach unten. Ey, wir haben immer noch keine Schlüssel, ne? Schlüssel. Schlüssel. Ne Truhe. Oh Gott. Entfernen alle Flüche Bomben. Oh. Weiß nicht, ob ich den jemals trinken werde. Da müssen wir aber auch echt viele Bomben, äh, echt viele Flüche haben. Okay. Hallo, kannst du mal aufhören, Mann. Uiuiui. Nein. Nicht so gut. Oh, Schlüssel. Ja, nehmen wir den Schlüssel jetzt für ihn. Ja, ne? In der Hoffnung, dass wir hier Schlüssel kaufen dürfen. Wenn nicht, muss ich ihn töten. Kein Schlüssel. Oh, ein Schlüssel. Oh, zwei Schlüssel. Halleluja, Jackpot. Alles geholt. Ja, muss aber ja auch heutzutage hier alles holen. So, zwei Schlüssel. Einmal für Relikt, einmal für Segen. Schräg, schräg. Alja. Aka. Flüche. Oh, heilen ist effektiver. Nice. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Schwing schon. Mehr Heilung. Miiiuiui. Im 21 Bomben. Hatte ich nicht noch einen Trank zum Tauschen? Ach, wir haben ja schon längst getauscht gehabt, deswegen hatten wir ja so viele Schlüssel, ne? Die, 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 die. Boom. Guten Tag. Kein Feuer hier? Okay. Wir brauchen, na, was brauchen wir? Richtig, ey. Wir brauchen Schlüssel. Ja, wie viele Dinger hier einfach sind. Er hat doch bestimmt einen Schlüsselbund. Ach, komm. Uff. Ja, ich muss das mal müssen hier riskieren. Na, leider nicht. Oh Gott. Hör mich jetzt hier richtig ficken, oder was? Ich hätte gern einen Schlüssel. Und dann ein paar mehr. Am besten drei. Wie, 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 wie. Oder oben geht rein? Ok. Hey. Wow. falle in den letzten ich glaube das bringt mir aber nichts wenn er die steine weg wirft einfach drei mal von der bomben kann ja haben wir meistens immer es sind immer grundsätzlich die schlüssel die eine runde die war gut wo wir beides on must haben also bomben sowieso wieder eine million aber das war eine gute runde wenn ich hier gleich sterben allein von hinten ein leben was für ein schwein kann man haben immer wenn man sowieso nur ein leben hat dann kann man das ruhig machen weil ja eh nichts zu verlieren als außer jetzt die bomben so nicht da rein billy können wir auch nicht war wieder so eine verschwendung und räume die kriegen wir im fluch und wenn wir bomben welchen fluch weniger optionen im laden kommen wir eh nicht in ein laden rein jetzt gehen wir habs oder jetzt gehen wir habs jetzt gehen wir habs jetzt gehen wir habs dieses tt aber ich meine jazla war ein wirklich eine wirklich gute bauerin sie hat den endboss zwei mal gelegt ja dann sehen wir uns in der nächsten folge wie das St rein tasten. Ciao.